Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie man animierte Schriften erstellen kann, und zwar mit Scratch in der Version 3.6. Das kann zum Beispiel eine Botschaft an jemanden sein, oder das Game Over am Ende eines Spiels, oder die Adresse einer Webseite. Also, lass uns loslegen. Nachdem du Scratch gestartet hast, klickst du auf dieses Kreuzchen hier, um die Katze zu löschen. Anschließend gehst du auf Figur wählen und wählst dort die Lupe, um dir eine Figur auszusuchen. Dort gehst du auf Buchstaben und wählst dir die Buchstaben aus, die du benötigst. Beachte, dass es insgesamt drei verschiedene Schriftarten gibt, aus denen du auswählen kannst. Ich möchte gerne Game Over schreiben, um dies zum Beispiel am Ende eines Spiels verwenden zu können. Ich lade mir also das G, das A, das M, das E, das O, das V, nochmal das E und ein R. Also so. Game Over. So soll es nachher dastehen. Die Buchstaben habe ich übrigens schon so zurechtgeschoben, damit du dir das Ganze besser vorstellen kannst. Bei dir sind sie wahrscheinlich noch etwas durcheinander gewürfelt. Ich wähle jetzt den Buchstaben G aus, um hier die Programmierung meines Skriptes zu beginnen. Als Startereignis nehme ich, wenn grüne Fahne geklickt wird. Du kannst hier später natürlich alles Mögliche verwenden, je nachdem, für was du den Schriftzug brauchst. Zum Beispiel, wenn dein Raumschiff von einem Gegner getroffen wird. Du beim Pong-Spiel mit dem Paddle den Ball nicht mehr erwischst. Oder sich deine Schlange beim Schlangenspiel selbst in den Hintern beißt. Als erstes gehe ich auf Aussehen und wähle dort den Block Zeige dich. Denn später wird es ja so sein, dass meine Figuren, also die Buchstaben, zu Beginn der Animation noch nicht sichtbar, also versteckt sind. Jetzt braucht der Buchstabe G erst einmal eine Startposition. Ungefähr hier soll er loslegen. Bei x etwa gleich 200 und y ungefähr gleich 50. Ich gehe deshalb auf Bewegung und wähle dort g zu x, y. Die Werte passe ich noch an, wie ich es gesagt habe. Also bei x trage ich 200 ein und bei y die 50. Wenn der Buchstabe G denn auf seiner Startposition ist, soll er einfach von rechts nach links gleiten. Deshalb gehe ich auf Gleite in Punkt, Punkt, Punkt Sekunden zu x, y. Stelle zwei Sekunden ein. Und meinen y-Wert von 50, den behalte ich bei. Aber den x-Wert von 200, den verändere ich auf minus 200. Mal schauen, was das Ganze bis jetzt bewirkt. Übrigens habe ich die anderen Buchstaben vorhin über diese Option hier auf nicht sichtbar geschaltet. Einfach, damit du meinen Erklärungen mit dem G besser folgen kannst. Also, ich drücke mal auf die grüne Fahne. Das G geht an seine Position und wandert von rechts nach links. So soll es sein. Mein Skript füge ich über Steuerung, jetzt noch eine Pause von 5 Sekunden hinzu. Und anschließend soll über Aussehen die Figur wieder versteckt werden, also auf unsichtbar geschalten werden. Dieses Skript hier übertrage ich jetzt zunächst auf alle anderen Buchstaben. Und anschließend werde ich es für jeden einzelnen Buchstaben so abändern, dass sie sich schön einreihen, so wie ich möchte, dass die Schrift erscheint. Zum Übertragen klickst du einfach den Block an und hältst die linke Maustaste gedrückt und ziehst den Block jetzt auf die anderen Buchstaben drauf. Also hier jetzt auf das A und lässt los. So auf das M und lässt los. Und so machst du es mit allen anderen Buchstaben auch. So habe ich jetzt dieses Skript auf alle anderen Buchstaben, also Figuren, verteilt. Du kannst es gerne überprüfen. Alle anderen Buchstaben haben jetzt auch diese Programmierung. Jetzt wähle ich den Buchstaben A aus, um hier zuerst mit der Abänderung des Skriptes zu beginnen. Alle Buchstaben, die nach dem Buchstaben G folgen, sollen hier an dieser Stelle direkt eine Pause bekommen. Ich gehe deshalb auf Steuerung und wähle dort Warte ... Sekunden aus und packe das da hinein. Für den Buchstaben A setze ich diesen Wert auf 0,2, in Computersprache also auf 0,2 Sekunden. Jeder Buchstabe soll also 0,2 Sekunden später als sein Vorgänger erscheinen. Der Buchstabe M also nach 0,4 Sekunden, der Buchstabe E nach 0,6 Sekunden, das O nach 0,8, das V nach 1,2, das E nach 1,2 und das R nach 1,4 Sekunden. Außerdem soll es so sein, dass das Wort Game eine Stufe höher liegt als das Wort Over. Alle Buchstaben aus dem Wort Game bekommen deshalb einen Y-Wert von 50. Und alle Buchstaben des Wortes Over kriegen einen Y-Wert von minus 50. Also, das G, das A, das M und das E von Game belässt du so, wie es ist, also mit einem Y-Wert von 50. Aber beim O, beim V, beim E und beim R von Over trägst du hier minus 50 ein. Außerdem ist es so, dass die Buchstaben später ja so schön nebeneinander stehen sollen wie hier. Sie brauchen also noch den richtigen, waagerechten Abstand voneinander. Wenn du beispielsweise mal beim Buchstaben O auf Kostüme klickst, dann siehst du, dass dieser dort mit 69 Pixeln eine ungefähre horizontale Breite von 70 Pixeln hat. Wenn du also den X-Wert von jedem Buchstaben um 70 vergrößerst, so erreichst du, dass die Buchstaben später alle schön versetzt stehen. So wie ich das hier haben möchte. Der Buchstabe G gleitet zum X-Wert minus 200. Minus 200 plus 70 gibt minus 130. Die trage ich beim Buchstaben A ein. Minus 130 plus 70 gibt minus 60. Zu diesem X-Wert gleitet der Buchstabe M. Wenn du so weitermachst, dann erhältst du für das E von Game ein X-Wert von 10. Und da das O ja irgendwo zwischen dem M und dem E liegt, kannst du hier ein X-Wert von minus 20 ansetzen. Minus 20 plus 70 gibt dann plus 50. Und 50 plus 70 gibt dann 120 für das E. Und 120 plus 70 gibt ein X-Wert für das R von 190. Wenn du dann alle weiteren Werte für das E, das O, das V, das E und das R eingetragen hast, dann ist die Programmierung des Skriptes deiner animierten Schrift fertig. Und du kannst das Ganze einmal ausprobieren. Grüne Fahne drücken. Und da kommt es. Game over. Wie gewünscht. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen. Und ich wünsche dir noch viel Freude beim Erstellen von animierten Schriftzügen mit Scratch. Bis bald!